Okay, seid ihr bereit? Dann starte ich auf die Aufnahme. Achso, ja. Das ja, aber schon. Nur nicht auf Start drücken. Die Aufnahme startet in Null. Bester Counter. Ja, ähm, hallo Leute. Ich bin's der lustige Typ aus dem Internet, der gesagt hat, alle... Das ist mal alternativ. ...dieben Tagen ist mir jetzt scheißegal. Der jetzt gesagt hat, jede Woche ein Video, es hat nicht geklappt. Wir spielen ein Spiel, das lustig ist. Ich habe Menschen dabei. Hallo Menschen. Hallo. Hallo. Ja, dann, äh, ja, sind alle bereit, sind alle bereit. Und natürlich kommt einer rein, das ganze Camp Setup. What? Du kannst aber die Facecams ausblenden, dann erinnert sich nichts, Steven. Ja, nee, das, äh, ich muss halt die Position trotzdem verschieben, alles gut. Äh, wenn du Richtig auch irgendwo in das Fenster machst, dann kannst du auch, glaube ich, die ausblenden, die... Ja, genau, oben, rechts auf die drei Punkte. Ah, da. Ah, danke. Wo siehst du es nicht? Wer ist da gerade reingekommen? Äh, ein Auge. Er macht Auge. Ein Watch. Watch. Watch together. An dieser Stelle auch von mir. Moin, moin, YouTube. Hallo. Mit einer Gartic-Phone-Aufnahme hier von Skuris nachgeträglichen Geburtstag. Äh. Und, ja, mal schauen, was diesmal wieder für schöne Kunstwerke zustande kommt. Schöne Töne, ne, Steven, genau. Ich spiel'n Gartic-Phone. Schöne Töne. Also, schön in Anführungszeichen versteht sich von selbst. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich sagen würde. Oh, egal. Ja. Ja, das war's. Ist klar. Was hab ich hier gemacht? Jetzt darf ich mit meiner Webcam auch endlich... Was? Das ist einfach. Was? Aber schick gemalt. Äh. Das ist ein Beklopter. Oh, nein. Ach, ja. Oh, nein. Was hat er hier schon wieder gemacht? Ich kann einfach nicht zeichnen. Steven, welche Augensfarbe hast du? Ich hab dunkelbraun. Lila. Oh, gibt's doch ne bessere Farbe, Alter. Entschuldigung für meine Genetik, Alter. Kann ja nicht jeder so arisch sein wie ich, Steven. Ja, eben. Ich hoffe immer, ihr kennt's. Ist das noch safe forward? Nein, ich glaube nicht. Was ist das denn? Äh. Was ist das? Ähm. Ist das genau? Warum hab ich das Gefühl, dass ich das Bild von Madison... Ah. Ich bin sehr verwirrt. Ich auch. Niemand dazu sagen wird. Penis. Da muss er erst mal kotzen. Wer ist der grüne Mann? Ja, das frag ich mich auch. Ich hab mich auch gefragt. Ich hab schon so oft einen grünen Mann hier im Bild. Wer ist der grüne Mann? Ich glaube, Mann, das war grün gleich Alkohol. Nee, ich weiß es nicht. Also ich hatte in der ersten Runde was Grünes gemalt. Das war keiner hier aus der Runde. Okay. Das war der Grinch. War deine Mutter? Oder ein Zombie. Nee, die ist nicht grün. So, Christoph. Die ist nur jeden Abend blau. Korrekt. Ja, oder grün. Die ist immer gespannt. Was hat Christoph denn für einen Begriff getan? Hast du Text-to-Speech an? Ja. Oh, geil. Oh, ja. Jigginugis. Steven bringt Frieden in die Ukraine. Oh, nein. Das soll ich. Und warum grüner Mann? Das ist ein russischer Soldat, Junge. Siehst du das Z nicht? Das Invasionszett. Oh. Steven will Frieden in der Ukraine und ein grüner Typ ist da. Ja. Ja, das hat sich durchgesetzt. Cakes und grüner Mann neben eine Ukraine-Flagge. Äh, gibt Sinn. Steven ist verwirrt durch Ukraine. Ich wollte die Ukraine-Flagge sprechen, okay? Was hat Steven denn jetzt gemacht? Ich kann mir denken, was er geschrieben hat. Bist du sicher? Weil ich das, glaube ich, hatte. Momo und Laura singen ein Duett. Oh, ich weiß, was am Ende draus geworden ist. Oh. Oh, du musst es kratzen. Oh, okay, ja. Ich kenne Momo nicht. Ein braunhaariger Dude und Rezo mit langen Haaren in der Rede. Laura ist jetzt Rezo. Ja. Jetzt macht das Sinn, okay? Steven und Rezo singen irgendwas. Ja, warum hat Momo blaue Haare? Nee, blaue Haare sind von Laura. Ja. Ja. Steven im Rap-Battle. Was soll ich das denn jetzt nicht? Let's beginne. Ich hab jetzt Haare erkannt. Ich dachte, das wäre eine Cap oder so. Das hab ich eigentlich noch. Momo und Mattis werfen Bananen. Ach ja, stimmt. Momo und Mattis werfen Bananen auf einer in der... Was kommt jetzt auch noch? ...aufeinander. Was macht denn das so weit? Die vom Oberschenkel, Junge. Ein bärtiger Jesus wirft Mattis Bananen zu. Nice. Voll ins Auge. Ein bärtiger Jesus. Momo bewirft Mattis mit Bananen. Hey. Das ist die Runde immer so geil, wo das erst vom Wort wegkommt und dann wieder zurückkommt. Steven wirft eine Pfanne nach Perry. Ah, das hatte ich gekriegt. Ah. Ich bin gespannt. Digga, das hab ich sogar erkannt. Hm. Steven schmeißt Perry eine Pfanne an den Kopf. An den Kopf, Alter. Ah. Okay. Das ist Perry. Hast du gefragt, ist das Zombie oder ist das... Steven wirft Mikrofon auf Zombie. Ach, was war das? Zombie. Ach so. Oh, Junge. Keks schmeißt Pilz auf Zombie. Es wurden zweimal grüne Menschen gemalt. Und Hanna einfach auf Pilz. Ey, ganz kurz. Ganz kurz. Ich glaub, mein Merkmal ist Brille und blonde Haare, oder? Ich glaube, ja. Steven trinkt Mattis den Alkohol. Oder halt der H&P-Hut. Ja. Böse. Böse. Aber ist eine gute Zeichnung. Steven trinkt Alk und Pingu schimpft ihn aus. Ja, ich denke mal, das ist immer so für der Pinguin so. Ja, ich hab auch immer noch fünf hier in meinem Raum stehen. Jemand trifft sich über Steven auf, der sich volllaufen lässt. Ja. Keks wird von Alkoholiker angesprungen. Also, da hätte ich noch bitte was mitzureden. Heiliger Keks. Also hat es Sinn, wenn du ihm deinen Alk wegdringst, ne? So, jetzt ist halt das Ding. Ich weiß, was ich dahin gemalt habe. Gleich. Ich habe Angst. Der heilige Keks. Jetzt tut mir leid. Was macht der denn? Er sieht hart bekifft aus. Er sieht hart bekifft aus. Der heilige Keks mit Flügeln und Blitzen in der Hand. Das soll ein Umhang sein. Aber ist gut. Die Oberschenkel. Ein heiliger Keks mit Blitzen in der Hand. Die Oberschenkel-Innenseite. Ich meine, der heilige Keks hat sich durchgezogen. Ja. Steven erschreckt sich bei Phasmo. Oh ja. Ich habe das in VR gespielt. Das ist gruselig. Das war das. Oh, bro. Ein Keks und ein Geist. Ja, dann kann man. Ich meine, das ist akkurat. Akkurat so wie E-Mikes. Das ist jetzt ein bisschen abgedriftet. Keks findet einen Pac-Man-Geist-Cover. Pac-Man. Ah, Josse. Der Geist hat einfach alles gesehen. Steven errötet beim Anblick des roten Pac-Man-Geistes. Oh Gott. Das war eine Runde, die war lustig. Das war sehr lustig. Das finde ich. Meine Linien sind sehr schön. Na. Ja. Meiner auch. Oh Gott. Wunderbar. So, wie sieht er aus. Kann ich das jetzt wegmachen? Ja. Nein, kann ich nicht. Du kannst das nicht wegmachen. Aber was soll man denn hier ergänzen? Okay, doch nicht. Kann man irgendwelche Sachen dazu ergänzen? Ja, du könntest halt, man kann es halt wegmachen, indem man übrigens weiße Farbe nutzt. Willkommen zu Live-Rack. Oder drüber wollen, generell. Ich hoffe, die Soundclips sind auch später auf der Aufnahme drauf. Wenn du mich hörst, dann ja. Geil. Deswegen ist es ja auch immer schön, wenn man beim Ning-Spail, wenn man C of Seas fahren, dass man einfach so auf völlig awareness kommt, dieses Meeeer. Mann. Ja, Steve, wir müssen halt ausfahren, um halt Sachen zu angeln. Ich verstehe, ja, Steve. Hast du gerade wirklich die Kamera hochgemacht, damit ich nicht... Suck, ey. Ich sehe aber, wie... Ja, dafür bist du. Nein, ich habe mich taucht. Nee, das glaube ich dir nicht. Watt, hast du irgendwie einen U-Boot-Sound oder so, dass du spielen kannst, wenn Steve mit seinen Augen hochkommt? Nein! Ich habe eins. Warte, warte, warte. Du hast einen U-Boot. Ich hasse euch alle. Ich habe nichts getan! Du hast ihm dafür ein Weihnachten mitlegt, komplett in deinem Zimmer. Oh, wie geil, Digger. Oh Scheiße. Jetzt meine, du hast den Tuch voller Krügel immer noch. Ernsthaft? Das ist das vorletzte Bild und es sind drei Linien? Ja, das ist echt kacke. Ich glaube, wir zeichnen alle ganz am Anfang irgendwas und dann bekommen alle anderen das Bild nochmal. Also das baut nicht aufeinander auf, sondern wir bekommen nur das erste Bild. Ach so. Wenn ich es richtig verstehe. Oh, das ergibt Sinn. Ja, stimmt. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich werde das mal kurz nochmal berichtigen, weil ich glaube, sonst könnte das schon fast aussehen wie ein Hakenkreuz. Oh. Ne, weil... Oh, da. Perikritisch. Ich habe es nämlich auch verwechselt mit Dings mit Animation und da hast du es eigentlich aufeinander bauen. Ich glaube, da macht gerade jemand Streusel auf den Keks oder so. Also... Herzlich willkommen zu der ASMR-Ausgabe aus Kartik-Phone. Wie geht's euch? Jo, Alter. Oh Gott. Ich fand da ja mal schon, was man schönes gemeint hat. Ich war so verwirrt bei manchen Bildern. Vor allem noch nicht bei einem Ohr, wo man sich diesen Song aktiv hört, sondern er ist immer wieder beim Kopf so. Ich bin gespannt, was ihr alle mit meinem Bild gemacht habt. Das haben wir nicht. Wir haben immer nur das erste gekriegt. Ja. Das ist halt das Ding. Ich war zwischendurch echt verwirrt, dass ich einfach nur ein paar Details dazu gemalt habe manchmal. Mhm. Da komme ich, ich habe voll viel dazu gemalt gefühlt. Jo. Käse. Das ist so jeden Käse. Okay, das ist irgendwie süß. Das ist ähm... Einen draus. 3D. Das tut in meinem Gehirn weh. Ja, mir auch. Wie diese unendliche Treppe. Oh nein, Steve, es tut mir leid, was ich damit gemacht habe. Jetzt schon. Oh, mir tut es auch mir irgendwie leid. Eine Hose on fire. Mir auch. Nooo. Oh nein. Das Ding ist, ich habe was ähnliches gemacht, nur schlimmer. Ey, die sind schon gut alle. Das ist doch die Hose. Das tut mir leid. Oh nein. Oh Gott. Das muss ich verpixeln. Ich traue mich. Das musst du verpixeln. Das ist ein Haus dabei und der Rest einfach so komplett im Hosen-Modus. Im Hosen-Modus. Ich hatte ein sehr verstörendes Pferd. Im Hosen-Modus finde ich auch gut. Das ist ein Zyklop einfach. Oh. Das ist ein Zyklop einfach. Das ist ein Zyklop einfach. Oh, ich kenne jetzt Michael Jordan. Das war halt so'n blöden Vorteil wegen meinem Tablet. Ich finde es auch so geil. Im letzten Video sieht es aus wie der Typ, der fängt, guckt irgendwie nicht in die Richtung ins Bad, sondern komplett in die andere Richtung. Hattest du an seine Arme irgendwie so nach hinten an der Hut und fängt ihn mal trotzdem. Oh nein. Ach das Ding. Da bin ich gespannt. Ich habe nicht in den Zyklop. Das Glas leer ist. Was an ein Wachsmastig? Nein, Alkohol. Weil ich dachte, da kommt noch mehr drin. Okay. Ja, das ist halt das Ding. Oh. 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 So'n altes Testament Engel. Ich trage keine Zwei Zwei. Oh Lord. Ist das der sogenannte Kekspiel? Nee, es ist Disney World. Was ist das? Ich sollte Linien malen. Ich habe Linien gemalt. Es hat mich ein bisschen an eine Sprüche erinnert. Achso, vergabelt auch. Nice. Oh ja, das war super. Ja, da mache ich mein Bild auch. Ich bin so froh, dass ich aufnehme. Ich auch. Hallo, ich bin im Apfel drin. Hallo, I'm inside. Oh, ich bin auch im Apfel drin. Sind wir nicht alle ein bisschen im Apfel drin? David! Ich hasse den Apfel trotzdem. Ich bin in Disney World. Ich bin in Disney World. Der Apfel fällt sehr weit vom Stamm. Vor allem, Bäumchen, Apfel. Ja. Er sagt Kiebe. Eine Frage der Perspektive, Steven. Oh nee, jetzt darfst du ihn nicht los, bitte nicht. Oh. Das ist ein Mäterschling. Das ist ein Mäterschling. Da habe ich auch noch gedacht. Mäterschling. Dazu mal. Ja, ich glaube, das kommt später, wo alle realisieren. Oh, wir müssen ein bisschen mehr mal. Kack den. Nein, das ist Feenstaub. Genau. Ja, absolut. Ja. Göttel. Okay, jeder hat den Schwäder gesagt, das finde ich super. Zwischenzeitlich übelte Rave-Schmetterling. Drei mal Farben gewechselt. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Ja, wollen wir dann jetzt Animation machen? Weil dann wissen wir, dass es so, oder, nee, warte, was war es? Imitation. Ja, animation. Äh, animation. Nee, animation. Ja, dann seid ihr bereit. Ich bin den größten Quinsch des Jahrhunderts, aka mein Gesicht. Aber gefühlt, der halbe Voice-Chat war schon bei Perry zu Hause. Und ich war so, Mann, meine Ausbildung fängt da an. Ich kann nicht. Ich glaube schon, dass Community-Treffler. Ja, I know. Oh, da hat es so. I know. Oh, nein. Thema Beste. Er ist noch tot. Das wird eine interessante Animation. Der stirbt noch. Da. Da. Wird das jetzt noch abgespielt gleich? Ja. Mag, mag einer von euch die Dinge übertragen? Was? Ja. Habe ich mir gedacht. Ähm, mag einer von euch die Dinge übertragen? Warte, ich mache. Ist schon. Achso, machst du schon, David. Mach schon. Was? Nein, David macht was anderes. Okay. Ja, weil ich nicht weiß, was ich tun soll, weil ihr ja alle was, alles eigenes macht. Hä? Achso. Oh. Ihr müsst die. Nee, David. Achso, das meintest du. Ich dachte einfach nur, je nachdem, es kommt halt drauf an, was du meinst. Wenn du, ähm, wenn, du musst ja nicht unbedingt immer das vorherige mitzeichnen. Aber das, was wichtig ist. Aber das, was wichtig ist. Ich dachte, dass Cosi das eingezwintet ist. Das ist halt schwierig. Was macht er da? Ich dachte, wir machen Webbattle. Das ist einfach was völlig anderes. Ja, es ist irgendwie. Ja, ich dachte, dass, das wird aufeinander gemacht. Ja, das ist auch. Ist eine Animation. Also. Frame for Frame. Oha. Am Ende hatte ich keine Zeit. Ja. Okay. Okay, ja, ja. Oh, ja. Das wird gut. Nee, wir haben den Modus verstanden. No. Mach mal ab. Dann ist der eigentlich nur die Scheid abgelaufen. Das ist immer der Ende. Der fängt jetzt an zu rollen. Der ist einfach geflohen. Vielleicht nur die Axt sehen. Ja, die Axt haut dreimal drauf und. Und nope. Nope. I'm out. Fuck this shit, I'm out. Got you. Das ist, ähm. Ich liebe Skuris Minimalismus. Warum im Haus? Ein LKW. Okay. Okay. Ich hab daraus jetzt Kunst gemacht. Ich wollte ein LKW zeigen. Lieber Frust. Mach's bitte. Du, wie guckst man denn voller Katze über den Schwein zu einem LKW? Das ist der nächste Schritt nach der, ähm, nach dem Tod. Oh Gott. Okay, jetzt frag ich mich, was ist daraus denn bitte geworden? Wow, Jesus. Komm schon. Ich wusste nicht, dass du so wundervollst. Drei. Drei. Boah, seid ihr schnächt, Alter. Ich hab dann angefangen runterzuzählen. Eie. Es wird aufgezählt, dann wird abgezählt. Was für... Be not afraid. Be not afraid. Aber ey, das ist ein schöner Übergang. Also das kam nicht an. Doch, es kam halbwegs an, ja, ja. Er ist traurig. Fetter Meteor, Junge. Es wird traurig, dass er einschlägt. Jetzt hat er kein Gesicht mehr. Das kam nicht an. Ist das so ein Reaction-Gift oder was? Das ist ein Nino. Junge, es ist halt so. Der Meteor schlägt ein, der Nino so. Scheiße. Ach, scheiß drauf, ich fress weiter. Oh, mein Gott. Das ist ein Panzer. Oh, okay. Nice. Ja, Panzer. Ja. Die Moorpanzer. All the Panzer. Das ist ein Flasch auf Reden. Fuck you. Ach so. Ich glaube, das ist so eine uralte Kanone. Bloß hat er die, ja. Ich wollte eigentlich nur Arterie-Kanonen bauen, die sich hier. Okay, dass man nochmal daraus schließen will. Ich wusste nicht, dass man das alles mitzeigen muss. Ich dachte, das wäre alles drin. Ja. Ja, das dachten wir alle. Äh, Melone. Melone? Melone. Bananen. 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 Somebody say Bananen. Vielleicht wirklich, weil die Zeit ein bisschen knapp wird, dass wir zum nächsten gehen. Ja. Äh, Leute, das war das Video. Lasst fünf Likes da. Die drei Leute, die das sehen, lasst fünf Likes da. Kauft euch gleich das mit Scheiß, egal. Hauptsache Promo. Die Menschen sind mit dem Linkskrieg. Kauft mein Scheiß. Kauft meinen nicht existierenden Merch. Kauft meinen nicht existierenden LSD. Ich hab auch die Fans. Lasst zehn Likes da. Tschüss. Surprise, motherfucker. Wink, wink, wink. Wink, 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 wink. Surprise, motherfucker. Von mir auch bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.